Die Automation ist ein Sondermaschinenbauer. Was bei uns besonders ist, ist, dass wir sehr hochwertige Anlagen bauen, auch für hochwertige Produkte. Da bauen wir eben Maschinen für die ganze Welt und die produzieren dann vollautomatisch Produkte für den Kunden. Jeder Bewerber, der wirklich ein Herz hat für Automatisierungstechnik und auch für Menschen, dass man zusammenarbeiten kann, findet hier einen guten Platz. Es gibt auch tolle Weiterbildungsmöglichkeiten und man hört nie auf zu lernen. Wenn ich an PIA denke, dann denke ich nicht nur an diese Anlagen, die wir an unsere Kunden liefern, sondern an die Gesichter dahinter, die es möglich machen, diese Anlagen zu bauen. Sollte. Sollte.